Weil das was Besonderes ist, was wir da vorhaben. Und es ist ganz was Ungewöhnliches. Wir wollen das beste Brot der Stadt machen und wir wollen Leute ausbilden, die normalerweise keine Chancen haben. Und ich glaube, dass durch das, dass wir so eine gute Truppe sind und jeder sich die untersichtlichen Stärken haben, dass das möglich ist. Und dann ist das ganz was Besonderes. Und wir geben Leute Chancen. Und das geht es im Leben. Leute Chancen geben. Und deswegen suchen wir jetzt Menschen, die dieses Projekt gut finden, damit wir vom Ofen bis zur Einrichtung, vom Boden bis zur Technik alles finanzieren können. Und darum treten wir an euch heran und ersuchen euch durch die eine oder andere Investition, uns hier dabei zu unterstützen.